Hallo und herzlich Willkommen zum Vlog am Samstag. Viele von euch haben ja bestimmt mitbekommen, dass ich dieses Obdachlosenprojekt gemacht habe und ich ja gesagt habe, dass ich es heute hochladen werde. Nur habe ich noch keine Zeit gefunden, das Video zu schneiden, da ich momentan auch sehr viel im Stress bin und das ist einfach zeitlich nicht möglich. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, ich habe auch mit Gino schon darüber geredet, dass wir dieses Projekt, den Uploaddatum jetzt auf eine Woche verschieben. Das heißt, nächste Woche am Samstag wird das Video hochgeladen und darauf kommt dann natürlich Ist nicht Dein Ernst Teil 6 und morgen kommt schon Ist nicht Dein Ernst Teil 5. Das ist meiner Meinung nach wieder so ein lustiges Ding, wo ich mir so denke, ist nicht dein Ernst. Auf jeden Fall super cool. Es macht echt, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ankommt, beziehungsweise dass es auch so viel Spaß macht es zu drehen. Es ist halt einfach, keine Ahnung, es ist einfach, ich kann dazu gar nichts sagen, weil es einfach cool ist. Es macht richtig Spaß. Man kann halt einfach ich sein. Versteht ihr? Man ist einfach ich. So wie wir in den Videos sind, so sind wir auch. Es hat nichts damit zu tun, dass wir da jetzt auf Entertainment machen oder so. Nein, das ist totaler Quatsch. So sind wir einfach und uns gefällt das. Ich denke mal, ihr kriegt das auch mit, dass wir da richtig Spaß dran haben. Wie gesagt, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Das Ding ist halt einfach, wir versuchen uns halt immer neu zu entwickeln und versuchen halt darauf immer mehr zu kommen, mehr zu machen. Ja und darauf kommt ja letztendlich an, dass es halt ein guter Stoff wird. So, ich habe mir jetzt überlegt auch, dass ich immer hier jetzt mehr Videos mache. Einfach nur darum, weil es so eine neutrale Ecke ist in meiner Wohnung. Kann man nichts falsch machen. Hier werde ich nicht gestört. Hier habe ich immer gutes Licht. Ja, von daher würde ich jetzt einfach sagen, ich esse jetzt noch eine Zwiebel und ihr könnt ja mal in die Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Von ist nicht dein Ernst 4, ist nicht dein Ernst 3, ist nicht dein Ernst 2, ist nicht dein Ernst 1 Folge. Und wenn euch das gefällt, gebt einfach mal einen Daumen hoch und wenn nicht, den nicht. So, ich würde sagen, das war der Vlog am Samstag. Ich wünsche euch noch verdammt viel Spaß. Euer Dennis. Tschüss.